Ich habe ihn geschlagen. Aber ich habe ihn noch nicht erschossen. Sondern? Ich habe ihn geurfeigt. Mit dem Handschuh. Sie müssen wissen, mein Mann liebt diese alten Umgangsformen. Jetzt sei endlich Stimme. Warum denn? Worum ging es bei dem Streit? Es ging eigentlich nur um meine Kleinigkeit, die sich dann aufgeschaukelt hat. Handelt es sich bei dieser Kleinigkeit etwa um Monika Holzers Schwangerschaft? Was? Monika ist schwanger? Ja. Mit einem Kuckuckskind. Dieser kleine Karte. Die Karte. Heute sehen sie sich bei diesem Kanal οι zu. Die Karte. Die Karte. Der Kamala ist zu der Tatjana. Untertitelung des ZDF, 2020